Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Coding Challenge aus dem Vorstellungsgespräch, dieses Mal von Airbnb, nicht gesponsert, sondern die Challenge wurde quasi beim Vorstellungsgespräch von Airbnb gefragt, also kein Sponsoring oder sowas involviert hier. So und ja, wir wollen heute eine Linked List rotieren und da das in Python super einfach ist, werden wir das gleich noch ein bisschen anders lösen. Erstmal, was ist eigentlich eine Rotation von einer verlinkten Liste? Nun, im Endeffekt ist eine Linked List ja nichts anderes als dieses Element verweist auf dieses Element, verweist auf dieses Element und so weiter und so fort. Und eine Rotation bedeutet jetzt, dieses letzte Element soll bitte ganz an den Anfang geschrieben werden und danach geht es eben weiter. Das ist eine normale Rotation. Das geht natürlich auch andersrum. Ich kann natürlich auch meine 6 hinten behalten und links rotieren. Das heißt, ich kann meine 1 quasi rausschwerfen und hinten wieder anfügen. Das ist eben die andere Rotation. Und da das super, super einfach ist in Python, das sehen wir hier gleich. Und zwar, wir können einfach sagen, L ist gleich. Hey, wenn ich nach rechts rotieren möchte, also die 6 raus rotieren möchte, brauche ich mir eine Liste aus dem letzten Element und hänge die einfach an die Liste mit allen Elementen außer dem letzten. Und dann printe ich mir noch kurz die Liste aus. Und damit habe ich schon quasi meine Rotation fertig. Das ist wirklich eine sehr einfache Challenge. Und die andere Seite ist leider auch nicht arg viel komplexer. Das heißt, ich kann hier einfach sagen, Achtung, hier ist die Liste schon rotiert. Das heißt, wenn ich jetzt wieder zurück rotiere, habe ich natürlich das letzte Element. Das heißt, ich sage hier einfach alle Elemente meiner Liste vom ersten bis zum letzten Element plus die Liste aus meinem 0. Element. Und das wäre schon eine Rotation in die andere Richtung wieder. Also, das ist viel zu einfach. Und normalerweise ist das natürlich auch nicht das, was wir hier machen wollen. Wir wollen es ja ein bisschen komplexer haben. Aber das ist jetzt quasi unsere Musterlösung. Und wir wollen das Ganze ein bisschen komplexer machen. Denn normalerweise, in vielen anderen Sprachen hat man, um nur das algorithmische Denken sozusagen zu fördern, hat man ja keine Linklist direkt zur Hand. In Python gibt es die quasi von Natur aus. Normalerweise hat man aber bloß sogenannte Nodes. Das heißt, man hat hier eine Classnode. Und die bekommt im Konstruktor zum Beispiel einen value. Self.value ist gleich value. Und den müssen wir gleich noch reinpacken. Und ein self.next wäre dann ein nächstes Element. Also next. Und hier drin sagen wir dann, okay, wir haben hier ein value. Und wenn wir kein Element angeben, kein next, dann ist das einfach auf nichts gesetzt. Das heißt, wenn wir keine nächsten Node angeben, dann haben wir eben das. So, und ja, das wäre im Endeffekt unsere Funktion. Was ich jetzt allerdings noch der Einfachheit reinpacke, ist eine toString-Funktion. Die heißt in Python, Bodenstrich, Bodenstrich, str. Damit kann ich quasi mir die ganze Liste oder zumindest die ganze Node in dem Fall als String ausgeben lassen. Und sag hier mal ganz kurz, currentListElement oder currentNode setzen wir auf self. Und dann sagen wir hier, unser returnString ist ein leerer String erst mal. Und dann sagen wir hier, whileCurv, sagen wir hier, red wird vergrößert um den String von dem current.value. Und dann setzen wir quasi das neue Element auf current.net, also das nächste quasi auf current.next. Und dann geben wir einfach hier returnRed zurück. Was das im Endeffekt macht, ist, ich kann jetzt eine Liste erstellen aus nur diesen Nodes. Ich brauche keine ClassListe, wenn ich das nicht möchte. Sondern ich kann ganz einfach hergehen und sagen, meine Liste L ist gleich ein Node von 1, und dann sagen wir hier ein Node von 2, Node von 3, Node von 4, Node von 5, Node von 6. Warum jetzt kein Komma? Naja, da ist es None und dann haben wir einfach kein nächstes Element mehr. So, das heißt, ich habe einfach hier sehr, sehr viele Nodes gerade erstellt und die miteinander verkettet. Kann ich natürlich auch einzeln machen, ist nur sehr viel komplexer und sehr viel mehr Aufwand. Und jetzt kann ich mir hier meine Liste trotzdem ausgeben und das sieht dann so aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay? Ich kann jetzt natürlich hier auch hergehen und kann sagen, ich mache das noch mit Klammern und so weiter und so fort. Muss ich aber nicht machen und ich bin gerade zu faul dazu, deswegen lassen wir das. So, und vielleicht sollten wir hier trotzdem noch zumindest ein Komma und dann ein Leerzeichen eingeben, dann sieht das Ganze wenigstens ein bisschen ansehnlicher aus. Okay, was wir jetzt hier machen, ist folgendes. Wir wollen jetzt, dass das letzte Element, also die Node von 6, genauso nach vorne geschoben wird, wie wir es auch gewohnt werden bei dem anderen. Das heißt, hier sollen wir uns quasi drum kümmern. Und wir sehen hier auch schon den kleinen, feinen Unterschied im Gegensatz zur Python-Liste, denn wir haben nicht den Zugriff auf das letzte Element. Wir haben immer nur den Zugriff auf das nächste Element. Okay, und das ist quasi jetzt hier das große Etwas, was wir eben hier nicht machen können so einfach. Das bedeutet, was wir jetzt hier als erstes machen, ist natürlich eine Funktion namens rotate von L, ja von L genau, von L natürlich und kein Import. Ich wollte hier eigentlich bloß eine leere Zeile oder eine neue Zeile einfügen und ja. So, und als allererstes schreiben wir uns natürlich mal unsere Root-Node, also die, die quasi die erste Node ist, ja diese hier außen, die alle anderen quasi beinhaltet, die schreiben wir uns in die Variable Root rein. Die wird am Ende nicht mehr Root sein, kleiner Spoiler hier, aber wir speichern sie uns trotzdem ein. So, das ist unser L. Dann gehen wir hier weiter und gehen quasi vor, ähm, oder besser gesagt, while, naja, wie lange machen wir das? Also wie lange holen wir uns unsere nächste, unsere nächste Node aus unserer Liste L raus oder aus unserem Root-Element raus? Naja, wir wollen das letzte Element abzwacken. Was für Eigenschaften hat denn das letzte Element hier? Nun, es ist im Endeffekt genau gleich wie alle anderen, nur dass es hier kein Next hat. Also Next ist None in unserem letzten Element und nur im letzten Element. Das zeichnet quasi das letzte Element aus. Das heißt, solange Root.Next nicht None ist, also solange es quasi normal ist, gehen wir hier einfach weiter. Wir sagen hier Root ist gleich Root.Next. Und um das mal ganz kurz zu illustrieren, will ich hier mal ganz kurz eine, einmal die Root-Elemente bitte ausgeben. Und zwar, indem wir hier Rotate von L ausgeben, ohne Print am besten außenrum. Das wäre, wobei, wisst ihr was, wir machen das so. Und dann sagen wir hier Rotate von L. Okay, einfach nur mal zum Veranschaulichen. Wir sind aktuell alles andere als fertig, keine Sorge. So, also zunächst mal, ähm, ist unser Root-Element natürlich unser erstes Element. Ja, das beinhaltet alle anderen Elemente. Danach haben wir die 2, wir sind quasi ins nächste Element übergegangen. Dann haben wir 3, 4, 5 und erst letztes haben wir 6. Und dann bricht das Ganze quasi ab hier, weil unsere Bedingung, das Root.Next jetzt nicht mehr None ist, die ist jetzt weg. Das heißt, wir können auch gar nicht unser Next Element holen. Das ist sozusagen ein selbstgeschriebener Iterator. Ist jetzt nichts allzu gravierendes, aber ist vielleicht auch mal ganz angenehm, sowas mal von Hand zu sehen. Okay, jetzt haben wir aber natürlich ein Problem. Und zwar die 6, also dieses Element, was jetzt aktuell gerade Root ist, ihr merkt schon, das muss die tatsächliche Root werden. Das heißt, wir müssen die ganze Liste, abgesehen vom letzten Element, in dieses Element hier reinpacken. So, und was wir jetzt hier machen ist, wir hinken sozusagen mit diesem letzten oder mit dem Element davor 1 nach, sozusagen. Und das bedeutet, wir brauchen ja hier diese 5 noch, wir brauchen noch eine Referenz auf die 5, weil wir müssen hier sagen, okay, dieses Komma 6, also diese Node von 6, die müssen wir aus der 5 rauslöschen. Ansonsten denkt die 5 immer noch, dass da eine Node mit 6 dran ist. Wir müssen ja löschen und einfügen, das sind zwei Aufgaben, um genau zu sein. Das heißt, die Node 6 muss gelöscht werden und vorne wieder angefügt werden. Okay, also, dann sagen wir also hier, solange nicht Root.next nicht None ist, sondern wir sagen Root.next.next muss ungleich None sein. Okay, das heißt, was wir hier machen ist, wir bekommen das Element mit der 5. Und das ist ja genau das, was wir hier gerade haben wollen. Und jetzt geben wir hier mal einfach nur dieses Element hier aus. Also jetzt bekommen wir quasi 5,6. Das hier oben ist die ganze Liste, keine Sorge. So, jetzt haben wir also hier in unserem Root-Element das 5er-Element drin. Okay, und was wir jetzt machen, ist im Endeffekt relativ einfach. Wir sagen hier Root, beziehungsweise wir returnen die, oder nein, noch nicht, wir returnen noch nicht. Wir sagen hier Root.next. Setzen wir auf welches Element? Naja, auf unser erstes Element, auf das Element, das unsere Liste sozusagen gestartet hat. Und dann sagen wir, okay, Root-Element ist gleich, äh, Root-Element.next, sorry, ist gleich None. So, was wir jetzt gemacht haben, ist im Endeffekt mit dem Root.next ist gleich L. Äh, Quatsch, da fehlt noch ein Punkt Next. So, was wir jetzt gemacht haben, ist, wir sagen, okay, wir haben das vorletzte Element in der Hand. Wir nehmen uns das letzte Element und sagen, hey, dein Nachfolger ist jetzt bitte der Anfang von der Liste, also das erste Element. Und auf der anderen Seite sagen wir, okay, ähm, das was nach meinem vorletzten Element kommt, also das Next hier, das ist einfach nichts. Das ist quasi jetzt das Ende der Liste. Da hört's auf. Und dann schauen wir mal, was hier, wenn wir das jetzt hier zurückgeben, return, ähm, was returnen wir denn hier? Wir returnen, ja, was müssen wir denn returnen? Das ist die große Frage hier. Wir wollen natürlich das letzte Element returnen und das wäre hier, äh, Quatsch, wir wollen nicht das letzte Element returnen, sondern wir wollen das erste Element returnen. Und das bedeutet, wir müssen hier nochmal ganz kurz was zwischenspeichern und zwar sagen wir hier Root.next, müssen wir einfach zwischenspeichern als neue L2, als neue Liste sozusagen und geben das hier zurück. Und jetzt printen wir mal unsere Rotate von unserer Liste aus. So. Sieht dann folgendermaßen aus. 6, 1, 2, 3, 4, 5. Und damit haben wir die Rotation eigentlich schon fertig. War jetzt keine große Magie. Man muss nur ein bisschen mit diesen Zeigern auf das nächste Element rumspielen und sich so grob vergewissern, was eigentlich gerade hier der Fall ist. Allerdings kann das Ganze natürlich immer noch komplett kaputt gehen. Das bedeutet, wenn wir hier zum Beispiel als neue Liste, ich mache jetzt mal extra eine kurze Liste, als neue Liste zum Beispiel nur ein Element haben, dann sagen wir hier Node von 1. Ja, einfach nur Node von 1. Wir überschreiben jetzt mal ganz kurz diese Liste hier. Die gibt es jetzt einfach nicht. Und wenn wir das jetzt ausführen, kriegen wir hier natürlich einen Fehler, weil wir hier kein Attribute Next haben, weil wir hier auf None zugreifen. Das bedeutet, wir müssen hier gucken, wie lang eigentlich unsere Liste ist und ob das überhaupt okay ist, was wir hier gerade machen. Das heißt, wir gucken, wenn unsere Liste, also L.next existiert, beziehungsweise wenn sie nicht existiert, also wenn quasi nicht mal unser Root-Element, was jetzt hier der Fall ist, nicht mal unser Root-Element ein nächstes Element hat, was muss dann passieren? Naja, dann geben wir hier einfach L zurück, denn dann ist es ja, als würden wir sozusagen die 1 rechts rausschieben und wieder an den Anfang der Liste packen. Da passiert halt einfach gar nichts dabei bei so einer Liste. Das heißt, das ist schon mal in Ordnung. Hier haben wir nur eine 1. Okay. Nächster Fall wäre, wenn wir nur genau ein Element mehr haben, nämlich 1 und 2. Und hier sehen wir dann auch, das funktioniert eigentlich schon automatisch. Und warum funktioniert das schon automatisch? Weil wir natürlich hier sagen, okay, ist denn ein Nachfolger von unserem Nachfolger vorhanden? Also gibt es ein drittes Element? Und nein, es gibt kein drittes Element. Also überspringen wir das und sagen, okay, der Nachfolger von unserem letzten Element ist das erste Element. Und dann sagen wir hier, okay, der Nachfolger von unserem ersten Element ist halt einfach nichts. Und ja, wir sind halt einfach nicht durch die Liste durchgegangen. Aber ein vorletztes Element haben wir hier in unserer 1 und damit passt das auch soweit. So, und ja, damit haben wir unsere Challenge schon gelöst. Jetzt ist natürlich noch vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen, wir können nur einmal hier rotieren. Okay? Also wir können wirklich nur ein Element raus rotieren. Was, wenn wir 2 oder 3 oder 4 oder 5 oder x Elemente oder k Elemente raus rotieren wollen? Na ja, dann schreiben wir uns doch einfach eine Funktion def rotate k und da brauchen wir natürlich eine Liste und ein k, das standardmäßig auf 1 gesetzt wird. Und hier rufen wir einfach vor Bodenstrich in range von k, rufen wir rotate von l auf. Rotate von l. So, und ja, was wir machen ist im Endeffekt, wir kriegen hier immer die neue Liste raus, l und wir geben hier l zurück. Und damit können wir jetzt sogar hier rotate k aufrufen. Ich mache jetzt übrigens die alte Liste wieder rein, die 6 Elemente hatte. Und sage hier rotate k und wenn wir es einmal rotieren, dann sieht das Ganze so aus, dann haben wir es einmal rotiert. Wenn wir es aber zum Beispiel 4 mal rotieren wollen, naja, dann kriegen wir hier natürlich erst die 6 raus geschaffelt, dann das zweite Mal 5, 3 und 4 mal geschaffelt, dann kriegen wir hier quasi genau diese Elemente vorne wieder reingeschoben. So, und ja, natürlich geht das auch in die andere Richtung, das überlasse ich euch als kleine Übung. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.